Hallo! So, noch zwei Wochen und zwei Tage darf ich meine Kur genießen und heute ist Sonntag, keine Anwendung, heute bin ich in Lotharstadt Wittenberg. Schaut euch mal die Stadtkirche an. Hallo, das bin ich, ich heiße Jana und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitrön-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. Ich suche eigentlich eine sonnige Ecke, wo ich einen Kaffee trinken kann. Aber überall ist hier Schatten. Hier wird jetzt gerade ein Markt aufgebaut, ein richtig schöner Marktplatz. Ich hau mich weg. Schaut euch mal die Schlangen am Eisladen an. Richtig schön der Marktplatz hier. Richtig schön. Richtig schön. Richtig schön. Richtig schön. Hier ist am Wochenende wahrscheinlich Gauklerfest, hier ist schon richtig viel aufgebaut. Vielleicht komme ich einfach noch mal her. Das ist übrigens die Schlosskirche von Lütterstadt-Württemberg. Karl VII. besuchte 1707 Wüttemberg, also Karl VII., der König von Schweden. Und Peter der Große, Zar von Russland, besuchte 1711 Wüttemberg. Und Werner von Siemens war auch hier und zwar als Leutnant 1840. Alexander I., auch ein russischer Zar, besuchte 1805 Wüttemberg. Jetzt geht's zurück in die Kurklinik. Schaut mal, ich bin zurück in meinem schönen Zimmer in der Kurklinik. Hallihallo, heute ist Tag 16 meiner Reha und mir fällt die Decke auf dem Kopf in der Kurklinik. Und darum habe ich mich heute wieder ins Auto gesetzt. Da steht Wenner und ich bin zur Elbe gefahren und zwar dieses Mal erkunde ich Torgau. Ich bin schon ganz gespannt, ob es hier auch so ruhig ist wie in Bad Düben. Hier ist das Denkmal für die russische Armee und für alle anderen, die gegen den Faschismus gesiegt haben. Und direkt hier an der anderen Seite ist das Schloss Hartenfels. Da fließt die Elbe. Das ist das alte Zollhaus, da wird aber gerade gebaut. Hier ist das Schloss nochmal aus dieser Perspektive. Wow, schaut mal. Ich stehe jetzt auf dem Marktplatz und das, was ich eben gezeigt habe, war diese Fensterfront. Das ist hier übrigens das Rathaus und ich setze mich jetzt in das Café und trinke erstmal gemütlich einen Kaffee. Übrigens wusstet ihr, dass Martin Luther auch hier viel zu tun hatte und dass auch seine Ehefrau Katharina von Bohrer hier gestorben ist in Torgau. Hier gibt es das älteste Spielwarengeschäft Deutschlands. Wow, hält sich immer noch. 1685 gegründet. Ja, da bin ich auch schon fast durch. Es ist wie in allen anderen Städten in der Gegend hier echt ruhig in der Stadt und wirkt ziemlich verlassen. Aber immer noch mehr wie beim letzten Mal in Bad Düben. Und ja, dann gehe ich wieder zurück zum Auto. Da ist es, das Stadt Wappen. Und schaut mal, was ich jetzt gefunden habe. What? Der Arme ist hier einfach eingesperrt. Der langweilt sich schon. Hallihallo, ich melde mich auch mal wieder. Heute ist der Tag 26 meiner Kur hier in Bad Schmiedeberg und ich wollte mal so ein kleines Fazit-Update geben. Ich bin hier heute unterwegs, wie immer, seitdem ich hier in Bad Schmiedeberg bin, im herrlichsten Sonnenschein. Es scheint eine sonnige Gegend zu sein. Und ja, bin auf kleine Wanderung gegangen. Ja, also ich wollte ja eigentlich, nachdem ich die Kur beantragt hatte, nicht nach Bad Schmiedeberg. Ich hatte noch nie vorher davon was gehört. Aber als die Mitteilung dann kam, Bad Schmiedeberg, habe ich sofort angerufen und gefragt. Oh, hey, ich wollte eigentlich nicht nach Bad Schmiedeberg, sondern woanders hin. Kann man das nochmal wechseln? Ich wollte nämlich gern in die Berge, in die Hohenberge, nach Bayern oder so. Und ja, dann sagte die Dame der Rentenversicherung, das ginge, aber dann müssten sie noch einen Änderungsantrag stellen, weil das jetzt alles schon so fertig beschlossen ist. Und dann habe ich aber gesagt, der ganze Antrag, das hat alles schon acht Monate gedauert. Wenn ich jetzt nochmal einen Änderungsantrag stelle, dann dauert das wieder so lange. Also auf nach Bad Schmiedeberg. Und jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, bin ich echt froh, in dieser Kurklinik gelandet zu sein. Und zwar war ich in der Kurklinik Dübener Heide in Bad Schmiedeberg. Es gibt nämlich zwei Kurkliniken. Meine Kurklinik ist die, die etwas außerhalb ist. Und das ist auch gut so. So war ich schneller in der Natur, konnte viel mehr joggen gehen. Und die Kurklinik an sich ist einfach fantastisch. Also die Physiotherapeuten, die sind nicht nur da, um dich zu bewegen, sondern die erklären dir auch Hintergründe, warum du das machen sollst. So ist man hinterher eigentlich ein kleines bisschen schlauer. Und ich glaube, die Wirkung, dass man sich auch mal aufrafft und zu Hause ein bisschen sich bewegt, dehnt und so weiter, die ist viel größer, wenn man das bisschen Hintergrundwissen auch noch hat. Und das wurde halt alles vermittelt. Es gab Vorträge. Ja, also ich bin eigentlich rundum zufrieden. Was heißt eigentlich? Ich bin rundum zufrieden mit meiner Reha. Ich habe echt Erfolge. Ich bin viel beweglicher. Es geht mir besser. Und ja, also wenn jemand von euch die Möglichkeit hat, gerne hierher nach Bad Schmiedeberg in die Klinik Dübener Heide. Das Umfeld hier, die Natur ist jetzt ein bisschen langweilig für Abenteurer. Aber wer jetzt nicht unbedingt immer auf 3000 Meter hohe Berge kraxeln muss, der kann auch hier gut wandern. Und so ein paar kleine Berge kann man hier auch finden. Da geht es nämlich ganz schön bergab. Und die Heide ist tatsächlich wunderschön hier. Ja. 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 Das ist der Vitriolteich, ein Teil meiner täglichen Nordic Walking Strecke. Hatte ich euch eigentlich jemals den schönen Blick zur Kurklinik gezeigt? Wenn nicht, dann mache ich das mal jetzt. Das ist hier mein Highlight. Der schönste Weg, den ich eigentlich jeden Tag gegangen bin. Das ist praktisch eine Allee und mit ganz vielen Bürken. Da ist die Kurklinik. Praktisch hier direkt am Feld. Wunderschön gelegen. Und hier ging es um an Nordic Walking. Genau hier an dieser Stelle stand ich vor vier Wochen und habe mich über die schöne Aussicht gewundert, die dort oben zu finden ist. Damit stand ich hier mit dünn Pulli oder kurzärmlich. Heute, vier Wochen später, die dicke Jacke. Es ist Mitte November und ja, meine Reha-Zeit, meine Kur, die geht zu Ende. Ich habe jetzt noch morgen und am Dienstag fahre ich nach Hause. Und ich wollte euch eigentlich noch fragen, hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen und dann geht es bald weiter auf große Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.